Weg zum Good Holder Reil im Kleins, der Stoffel noch mal hier im Kleins Geht's uns gut? Uns geht's hervorragend Noch Nach ungefähr 2 Stunden haben wir Warschau erreicht Und wir sind Denemann und sind gut drauf Klar? Ja? Ja! Wir haben 0,41 Wir haben die Autobahn in Polen erreicht Die einzige es gibt So Wir haben 1,41 Ich hab mir einen Kaffee gekauft und damit ich besser schlafen kann Und der Robert fährt jetzt ein Stück Wir sind irgendwo Und ich hab ein bisschen Angst Ich bin eigentlich kein schlechter Fahrer Ich bin eigentlich kein schlechter Fahrer Eigentlich schon, aber Was stimmt an dem Satz nicht? So meine Freunde Oh ihr Mogli Ich fahr jetzt los Wenn der Robert uns in den Tod fährt Wir hatten trotzdem Die zwei Wochen waren schön Wir haben eigentlich ein cooles Album gemacht Was nach unserem Tod sehr viel Geld einbringen wird Das war ein guter Tag zu Und hier sind sie viel zu dunkel zum Filmen Deswegen mach ich jetzt alles Wir haben noch Tadaa 768 Kilometer Bis zu den nächsten Siebehalt mal gar nicht 700 Kilometer Das ist doch mal scham gescheiß Auf jeden Fall sind es noch 777 Kilometer Fast so gut wie 666 Ciao Das ist doch mal scham gescheiß Ich bin ja Wir haben einen deutschen Boden erreicht. Ich habe gemerkt, Robert fährt wie ein Weltmeister und wir sind wieder in Deutschland. Back to Good Old Germany. Keine hoffenen Beton. Schlecht. Ja. Aber wir werden ein Fini. Wir haben 6.37 Uhr und es sind noch 381 Kilometer bis zum Robert nach Essen. Wir haben jetzt 8.36 Uhr und bin gerade auf unserer Raststätte hier in 200 Kilometer von Essen entfernt. Das heißt, der Robert ist bald zu Hause. Ich muss dann noch von Essen nach Gölle fahren. Ich habe gerade einen leckeren deutschen Kaffee für 3 Euro gekauft. Kriegt man sonst viel Euro, sag ich mal. Aber Raststätten haben es ja. Sag ich halt. Na ja. Schon mal besseren Kaffee getrunken und auch schon mal definitiv leckeren Kaffee getrunken. Mal was anderes. Alles cool. Wetter ist super. Wir haben irgendwie 530 Grad. Nicht mehr weit zu fahren. Wir hatten zwei super geile Wochen. Richtig geil. Das ist das Album. Wir haben einen Rough Mix dabei. Noch nicht den fertigen Mix. Noch nicht das fertige Master. Aber damit wir das Ganze so ein bisschen anhören können und so. Robert und ich haben uns das eben auf der Fahrt ein paar Mal reingezogen. Und ja. Wir sind eigentlich ganz unarrogant. Aber davon überzeugt, dass wir einen guten Job gemacht haben. Das klingt gut. Die Songs sind cool. Ich habe super gesungen. Wie ein junger Gott. Naja. Aber ich bin zufrieden mit mir auf jeden Fall. Ich habe, wie finde, gute Texte geschrieben. Und habe, glaube ich, auch gut gesungen. Dazu kommt, dass wir gute Musik gemacht haben. Dass wir gut gespielt haben. Dass David ein ziemlich guter Schlagzeuger ist. Dass Robert und Kevin gute Gitarristen sind. Dass der Chris ein guter Bassist ist. Und dass ich ein exzellenter Sänger bin. Und ein total guter Autofahrer. Super geil. Das Herzstudio kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Die beiden Brüder. Horstek und Worstek. Einfach super nette Leute. Tolle Menschen. Und aber auch richtig gute Tontechniker. Die hören auch einfach Sachen. Ey. Das sind unsere Songs. Ja. Wir sollten den Scheiß hören. Und die so. Hm. Was? Was denn? Was war denn jetzt falsch? Ja. Das und das. Super geil. Hammer. So Kleinigkeiten. Richtig geil. Die beiden machen jetzt gerade erstmal Urlaub. Das heißt. Wir sind jetzt erstmal drei Wochen weg. Wir ziehen uns jetzt drei Wochen lang den Rough Mix rein. Die machen drei Wochen Urlaub. Und dann kommen die wieder. Machen einen richtig derben Mix. Mit einem richtig derben Mastering. Und dann geht's richtig. Leider. Na cool. Ihr dürft euch auf ein schönes Album freuen. Glaube ich. Ja. Ich rauch jetzt noch eine. Trink mal. 3 Euro. Rasthof Kaffee. Ja. Die letzten 200 Kilometer kriegen wir jetzt auch noch rum. Ich mach jetzt. Ich mach hier nochmal an. Okay. Das ist das erste Lied. Ne. Das erste Lied zeige ich euch nicht. Das ist das geilste. Das ist das zweite Lied. So fängt das zweite Lied an. So fängt das dritte Lied an. So fängt das vierte Lied an. So fängt der Robert an. So fängt das fünfte Lied an. Da hab ich gerade auch geklungen auf dem Klo. So fängt das noch an. So fängt das nicht los. Warscht. Sexte Lied. Mehr wird nicht verraten. So fängt das hin. Ist geil, aber... Achte Lied. Neunte Lied. Zehnte Lied. Ja, so ungefähr wird das klingen. Wir ziehen uns das jetzt drei Wochen rein. Ihr wartet ungefähr drei Jahre. Dann kommt das raus. Robert will auch noch was sagen. Habe ich gerade gehört. Nachdem ich auf dem Klo war, fiel mir auf, ich hatte wirklich eine Bombe in die Bombe gebombt. Wir fallen jetzt mal so weiter. Also, da wird da so ein Kerl. Verdammt, der wollte gerade eine Story erzählen, jetzt traut er sich nicht.